Hm. Ah. Sie wird schon darüber hinwegkommen, sie hat recht zufrieden, Kenny. Happy Kenny. Meine Familie ist alive und das Rv läuft. Du verdammt recht, ich bin. Jeder ist unter großem Stress. Alles, was ich weiß, ist, wenn das alles passiert, bin ich der verdammt schlechte Typ. Ich möchte euch für einmal. Für einmal! Für was denn das? Niemals hilfst du, Alter? Du dreckige Fotze. Ich gebe es doch nicht, ey. Es war ein schweres Tag, ich glaube. Ja, aber ich habe sie nur Tage genannt, Lili. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist wahrscheinlich wert, zu Lili über Dinge, die verloren gehen. Seit ihr Vater stirbt, hat sie ein lebensweiger. Und jetzt, wenn sie paranoid ist, ist das ein schlechter Mix. Oh man, oh man. Wir müssen uns jetzt mal ein bisschen umschauen. Also wir gehen jetzt erstmal zu Clementine, mal gucken, wie sie geht. Hey, Clementine. Hey, Lee. Hey, Lee. Was machst du da? Was machst du da? Was machst du da, Clem? Es heißt, ein lebensweig. Meine Lehrerin, Miss Moore, hat uns gezeigt, wie wir ihn machen, als wir in den Botanical Garden waren. Siehst du? Es ist das gleiche. Ähm, ein bisschen. Ah, das ist wirklich etwas. Ich mache einen für dich, auch. Du magst es hier? Ich mag es hier nicht. Du magst es hier? Woher gehen wir? Somewhere anders. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich kenne, woher? Ja. Das wäre eine gute Sache, zu wissen. Ich spreche dir später, Clem. Okay. Okay. So, weiterschauen. Aber Kenny will ich eigentlich nicht quatschen, aber wir machen es trotzdem. Hey, ihr zwei. Wie geht's dir? Wir sind okay. Wir haben nur ein kleines Schmerz. Wir tragen jetzt alle Schmerz, und ich mag es nicht. Es ist wie es muss sein. Ich weiß, aber ich habe es nicht gewohnt. Entschuldigung. Wie geht's dir, Lee? Ähm, muss ich bei Lilly ans Zeug legen. Du musst es mit Lilly versuchen. Ihr Leute müssen uns aufhören. Ich weiß nicht, wie aufhören wir es können, given all das passiert. Also was dann? Zeit wird kommen, dass wir das Beste für unsere Familie machen müssen. Und das ist was wir machen. Na, Alter. Na, dann geh du alleine. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ich wollte nur sagen, Kat, es ist wahrscheinlich gut, dass sie dich nicht zufrieden machen. Danke, Lee. Aber wir brauchen sie. Es gibt keine Werte. Sie glauben, dass ihr alle hier? Mehr oder weniger. Ich habe meine Probleme mit Lilly, aber ich sie nicht zufrieden. Ja, wir können uns nicht mehr aufhören, als wir haben. Ich spreche mit euch später. Okay. So, wo wir anschauen. So, können wir mit den Redner oben? Ja. Hey, Ben. Was geht's, Lee? Was denkst du über Lilly? Sie schützt mich aus. Das ist eine rechtliche Sache, um dich zu fühlen. Ich bin nur überraschend, dass sie schnappen wird. Ich bin nur überraschend. Ich bin nur überraschend. Ich bin nur überraschend. Ich bin nur überraschend. Aber was ist in Macon? Es ist ein bisschen waster Zeit im Vergleich zu Atlanta. Ich bin in Macon. Oh. Ich wollte nicht sagen, dass es schrecklich ist. Es ist super schön. Ich meine, nicht jetzt. Aber ich glaube, es war. Es ist... Ich weiß nicht, was er war. Ich bin nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, weil ich nicht wilde, und ich nur wünsche, dass ich mehr Hilfe war. Was denkst du über Lilly? Schmuck. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich bin schuld. Keiner hat sich nicht verloren, dass sie so verletzt werden. Du denkst nicht, dass das sie verletzt, dass du? Ich denke, dass es dir alles verletzt kann. Nichts gut. Du fühlst dich hier sicher? Hm. Sicherheit hat immer ein bisschen verletzt für mich. Ich meine, in dem Motel, als opposed zu finden, irgendwo neu zu finden. Ich denke, dass wir, wer da draußen ist, uns alleine lassen können, ist das ein gutes Ort, um zu sein. Und du weißt, sie haben irgendwie verletzt, zu attacken. Vielleicht haben sie uns vergessen. Ich freue mich später, Doug. Oh man, ihr seid vielleicht ein paar Leute hier. Was ist denn hier noch so? Kann man sich hier noch irgendwas anschauen? Nö. Wo ist denn der Sohn von den beiden? Also von Kenny und Katja? Hier werden wir noch mal bei Lilly rein. Ich bin nicht die Fassung, ich wollte auf die Vorräte fragen, du musst dich abregen. Was hast du für andere Punkte? Für real? Wer? Was hast du? Ja, für real. Und ich habe keine Scheiße. Ich weiß nur. Lilly. Es geht um, und es ist die gute Dinge. Antibiotik, Oxy. Fuck, anything mit Opium in es. Ich sehe das, das geht. Und es ist gut. Ich stehe meine eigene. Das ist ein bisschen verletzt. Ich bin ein fucking verletzt, aber ich bin nicht dumm. Ich weiß, was passiert, wenn ich ein Witch Hunt beginne. Also, du willst mich zu starten? Ich will, dass du dich umhörst. Was ist da zu gehen? Ich habe das gefunden, das in den Müll. Wir haben keine Geräte, wir haben es verletzt. Du würdest nur versuchen, eine Flaschleitung zu entfernen, wenn du es benutzt hast, wenn du es nicht brauchst. Okay, ich werde mich umhörst. Ich werde mich umhörst. Danke. Wenn sie dadurch besser geht. Schauen wir mal nach. Ein Mysterium. Jesus, Doc. Haha. Ähm, ich hörte, dass du dich sprechen. Du musst alles von dir hören. Kann ich helfen? Danke, Alter. Du bist der greatest Detektiv und ich kann Dick Grayson sein. Du bist der Herr. Okay. Ich weiß, wer es ist. Nein, erzählst du niemandem, du kannst helfen, sagst du niemandem. Du kannst helfen. Du kannst helfen. Du sagst niemandem. Ich weiß, dass du nichts anderes findest. Ich bin auf der Kiste. Ich bin auf der Kiste. Ja, gut. Auf die Taschenlampe? Nein, hier raus. Schade. We knew you anything about this broken flashlight? Scheiße. We didn´t so many of those. Ja, it´s a problem. The glass and the bulb are all bersted out. Was für eine Eismaschine? Wie ist keine Eismaschine? Was ist hier eine Eismaschine? Jetzt sind wir so Detektive, ja? Na gut, hier passt es hin. Ein X. Das ist ein Schauk. Pink, hm. Duck! A clue! Maybe. What do you think it is? I don't think it's anything. Maybe it's a sign. It could be. It's pink chalk, which is weird. Okay, back to investigating. Okay, Clementine macht das. Also Clementine hat diese Farbe, glaube ich. Und gucken wir mal, was Clementine dazu sagt. Vorher fragen wir aber Ihnen hier nochmal nach dem X. Hey, Doug. Hiya. Do you have any chalk I can borrow? No. Don't the kids have some? You know, a piece of charcoal is a suitable alternative, depending on your marking surface. Since we're on the subject, did you know that while chalk is traditionally known to be calcium carbonate, which is often used in classrooms, is actually made of gypsum, thanks to favorable domestic mining conditions. Okay. Doug I did not know that. Happy to be of service. Hey, Clementine. Hey, Lee. Do you have any pink chalk? No, it's gone somewhere. Do you want blue? No, no, it's okay. Psst. Lee. I found something. What is it? I found this piece of pink chalk and a scuff of it over by the gate. Really? Totally. I was coming to see him for clues and... Yeah, Doug, I got it. Good job. Ja, wir klatschen mal ab, damit er sich freut. Cool. Doug findet dich super klasse. Sehr geil. So. Kreidespur. Hm. Somebody was over here too. See, I did good, huh? Yeah, Doug. You did. I suppose I should go out there and look around. I'll stay here this time. Seriously. Okay. So. Okay. Was gibt es denn hier? Those Bandits gave us help. They've been quiet for days now. Oh man, oh man, oh man. Nimm doch die Pfeile raus und dann könnt ihr die selber benutzen. Für den Nahkampf oder so. Oh, was ist da? Eine Gitter. Oh. Nimm es doch gleich raus. Da ist das ganze Zeug hin. Oh man. Oh man. Oh man. We line everybody up. Everybody. Somebody is killing us. Stealing from that supply is the same as slipping into your room at night and cutting your throat while you sleep. You die. What is the difference? What if Clementine gets sick and we don't have what we need? What the hell? Was war das? Was? Who the fuck is that? You got our people out there. We ain't fucking around. What do we do? Wohren die auch geklaut? They're gonna start kicking in doors any second. What the hell are you? What? Just keep them talking. Do whatever it takes to stop him fully trigger. You don't have to lie. Oh. Do whatever it takes to stop him. Oh no. Oh no. Oh no. Oh. Oh no. Oh no.